Julius Echter baute mehrere hundert Kirchen, sie alle folgten einem einheitlichen Konzept. Von älteren Kirchen übernahm er hin und wieder Türme oder andere Gebäudeteile. Aber immer scheint eine für alle Kirchen gemeinsame Idee hindurch. Eine Idealkirche, die so nie gebaut worden ist. Die Pfarrkirche liegt inmitten des Ortes. Das Langhaus ist rechteckig und hat auf jeder Seite drei große Fenster und im Westen noch kleinere, die die dort liegende Empore mit Licht versorgen. Der im Osten liegende Chor ist etwas schmäler und endet in drei schrägen Seiten. Im Norden ist an ihn ein hoher, schlanker Turm angebaut, der in einem sehr spitzen Helm endet. An der Südseite des Chores steht noch eine niedrige Sakristei. Die Fenster vom Chor sind zweigeteilt, die Fenster des Langhauses sind dreigeteilt. Und die Fensterfläche endet ebenso wie die Schallöffnungen des Turmes mit reichem, fantasievollem, nachgotischem Maßwerk. Es ist sehr sorgfältig gearbeitet und enthält vielerlei Kreis- und Tropfenformen. In den mittleren Turmgeschossen durchbrechen quer-ovale Fenster die Wände. Auch die Westseite wird durch quer-ovale Fenster durchbrochen, die Licht für den Dachstuhl bringen. Das Dach ist mit dunklem Schiefer gedeckt und mit kleinen, dreieckigen Gauben besetzt. Sie tragen jede eine Spitze mit einer vergoldeten Kugel. Ein Kreuz ist sowohl dem Westgiebel, dem Chor als auch dem Hohenspitzenhelm aufgesetzt. Neben den Schallöffnungen zeigen am obersten Turmgeschoss die reich bemalten Zifferblätter der Uhr die Zeit an. In der Mitte der Westseite rundbogig und unter dem mittleren Fenster der Nord- und Südseite spitzbogig öffnet je ein Portal den Zugang zur Kirche. Diese Portale haben Rahmungen, die mit vielen runden Profilen gegliedert sind. Diese Stäbe durchdringen sich da, wo der Bogen anfängt, und in seiner Spitze. Sie haben runde, spiralig gedrehte Sockel. An der Spitze des Westportals sind das Wappen des Fürstbischofs und die Jahreszahl 1614 zu sehen. Über beiden Seitenportalen ist jeweils eine Großornament-geschmückte Inschriftentafel eingemauert. Sie tragen ebenfalls das Wappen des Fürstbischofs, die Zahl 1618, und nennen ihn in einem achtzeiligen Reim als Bauherrn der Kirche und Wohltäter des Landes. Im Inneren ist das Langhaus flachgedeckt, während der kurze Chor von einem Rippengewölbe überspannt wird. In seiner Mitte sitzt ein ringförmiger Stein, in den das Wappen des Fürstbischofs eingesetzt ist. Darum spannt sich der vierzackige Rautenstern des Gewölbes. Zwei zusätzliche Rippen führen in die Ecken des Chorschlusses. Die Rippen durchkreuzen sich an den Schnittpunkten und sind danach gekappt. Sie sind sehr einfach profiliert und setzen auf vasenförmigen Konsolen an der Wand an. Der spitze Bogen, der das Langhaus vom Chor trennt, hat ein einfaches Basen- und Kämpferprofil. Die Türen zur Sakristei und zum Turm haben ein Sandsteingewende. Die Öffnung ist mit einem einfachen, runden Stab umzogen, der in der Spitze durchsteckt ist. Die Decke des Langhauses wird mit regelmäßigen achteckigen Kassetten gefüllt, die durch kreuzförmige Felder verbunden sind. Die Kanten der Stege zwischen den Kassetten sind mit profilierten Leisten betont. Die einzelnen achteckigen Kassetten umzieht ein Zahnfries. Die Stege der Kassetten sind holzsichtig geblieben, die Leisten sind vergoldet. Im Westen des Langhauses ist eine zweigeschossige Empore eingezogen. Ihre Tragbalken ruhen an der Wand auf steinernen Konsolen und in der Mitte auf Holzsäulen. Diese Säulen haben eine attische Basis und einfache toskanische Kapitelle. Der Mittelteil des unteren Emporengeschosses ragt polygonal vor, um Platz für die Orgel zu schaffen. Die Brüstungen sind mit gedrechselten Holzstäben gefüllt, nur der vorkragende Mittelteil ist geschlossen. An der Nordseite des Langhauses steht eine steinerne Kanzel. Ihr Korb ruht auf einem polygonalen Schaft, der mit flachen Ornamenten verziert ist. Die Seiten des Kanzelkorpus sind durch rundbogige Nischen gegliedert. Ein profilierter Holm schließt den Kanzelkorb ab. Die Brüstung entlang der Treppe zur Kanzel ist in einzelne Felder geteilt, die mit nachgotischem Maßwerk gefüllt sind. In der Kirche steht der Taufstein. Ein polygonaler Sockel trägt, vermittelt durch einen Konsolenfries, das achteckige Taufbecken. Auch dieses ist mit dem Wappen des Fürstbischofs geschmückt. In die Südwand des Altarraumes ist die Sakramenznische eingelassen. Die Öffnung ist mit einem Gitter verschlossen. Darüber liegt ein Gebälkstück, auf diesem ein gebrochener Segmentgiebel mit einem kleinen Obelisken in der Mitte. Um das Gehäuse legt sich Beschlagwerk. In der Mitte des Chores steht der Hochaltar. Er hat einen mehrteiligen Aufbau und trägt viele Figuren. In seiner großen Mittelnische befindet sich ein Relief mit der Marienkrönung. Rechts und links davon sieht man die Skulpturen von Petrus und Paulus. Darüber steht eine Figur des heiligen Kilian, begleitet von Johannes dem Täufer und dem heiligen Sebastian. Der ganze Aufbau ist üppig mit Ornament und Engelsköpfchen verziert und farbig bemalt. Die Seitenaltäre sind einfacher. Die heiligen Figuren im jeweiligen Mittelschrein werden von gemalten Flügeln flankiert. Darüber befinden sich, jeweils mit Pilastern gerahmt, kleinere Gemälde. Die Altäre enden beide in gesprengten Dreiecksgiebeln, in denen kleine heiligen Figuren stehen. Die ganze Kirche ist ausgemalt. Die Rippen des Chorgewölbes sind rot und gold gemalt. Die Fenster des Langhauses und die Chorfenster sind mit reicher Ornamentmalerei in den Farben Gelb und Grau umgeben. Um alle Seitenportale ist aufwendige Architektur gemalt. Sehr ähnlich ist auch der Chorbogen auf der Seite zum Langhaus hin umrahmt. In der Farbigkeit des Innenraums steht das Grau und Rot und Gold der Decke, von Gewölbe, Kanzel und Altären, in deutlichem Kontrast zur Wandmalerei, die von den Farben Gelb und Grau dominiert wird. Der Gesamteindruck ist farbig und prächtig. Das war die P friendly Sanfteσ遷 jetzt die Zeit, das koffie Hisinen. B Eich Summeat弟-Kanzelner Neuever, in der Farbe möchte ich Sie nicht mehr hören. Das war ein Ahmet von den Farben aus dem Missionaller-Kanzelnen-Gerog-M disappear. Das war auch die Zeit, die Seite zucuätzen Sie nicht mehr. Bis zum Beispiel jetzt hin und bis zum Aus den Aus. Kanobyl herausf composers schmathnam. Und jetzt sind das Spiegel, wh progressing alles zur Wand bei Gaker. Bis zum享mary nkahren times erleben. Untertitelung des ZDF, 2020